hallo zu einer neuen folge von one piece online in der letzten folge haben wir ja zoro und bekommen und jetzt habe ich auch hingekriegt wie man hier zum beispiel die leute sehbar machen kann also dass sie von allen leuten gesehen wird werden was schneidungs und jetzt müssen wir zu trafalgar wo immer der ist so wie sich der ausgewählt egal stehe ich drücke einfach mal auf trafalgar ja zack auto per finding finding ups so läuft er jetzt automatisch zudem das sieht man so ein schönes sanchi poster wanted sanchi cool gemacht so okay ja das ist einfach wenn man einfach das laufen lässt so was könnten da okay okay würde wir davon jetzt kämpfen ach so jetzt sind wir hier auf dem schiff understand alle das ist schon krank mit zoro jetzt haben wir alles fällt mir gerade auf schwert kämpfer das ist klar nicht mehr so einfach wow jetzt kommt auch noch der da kommt auch der phoenix der zu den phoenix werden können marco ja genau jetzt macht ihr hier einmal mega jetzt geschafft so start shuffling und wir nehmen mal wieder das und mark wieder 500 ok was ist das hier pink snake was macht das ok treasure map geil bezeichnung schrott den setze ok select speed up mhm ok Was zum Teufel? What the fuck? Der typische Zerweil 11. Ah, jetzt geht es direkt weiter. So. Der muss ein grinsen. Voll übertrieben. Alter, ich will jetzt nicht Zorro leben. Was macht jetzt Zorro? Ja, genau. Der macht jetzt einfach nur einen Hit und dann sind die alle weg. Ah, Helmepo. Der kann uns gar nichts. Zack. Zorro macht jetzt einfach... Zorro ist jetzt bestem. Ah, hier oben gibt es sogar noch... Das sieht man mal, wie ich einfach nicht aufpasse. Jetzt habe ich gar ein bisschen was reingedrückt. Zack. Das haben wir gewonnen. So, mal gucken. Yay, wieder 500. Yay, jetzt sind wir auch selber auf Level 12. Wir könnten mal das Sub ein bisschen... Alter. Mhm. Mhm. wie wir einfach kein schaden machen den ganzen scheiß macht zoro hätten vielleicht doch irgendwas anderes vielleicht so schwertmann oder so nehmen sondern egal jetzt habe ich gerade den 1er skill auf den gemacht hoffentlich kostet er nicht deswegen mehr von irgendwie punkten oder so egal ich nehme ja eh nur eine viertel stunde auf alter bohr hankock die teile aus kriegen wir in dem spiel überhaupt schaden jetzt mutter fack was ist es mir was geht bei dir schief wir machen dich kaputt mihock mihock stirbt und schön geschafft mal wieder mit drei stern das spiel ich cool hier können wir 3000 kommt sag uns bitte 3000 scheiße ja das wird geil gewesen 3000 level 13 ich weiß zwar nicht was das ganze hier macht aber okay so warte mal dann gehen wir mal taverne charisma ok der manuel ach so das sind die wieder gar nichts ach so das muss nichts geben ane hoffe ich muss man dann da kaufen ok er sich also hier kann man immer einen freizug machen bekommt man hier eine vifre karte für jetzt habe ich das so langsam ok hier dann kriegt man ja wieder genau die peri wie sie es noch also das stelle